Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Left 4 Dead 2 together mit Kiritas AP, RockBob und Akira und einem geilen Sets, den ihr euch jetzt durchwiesen könnt. Komm du! Lust damit, Zoe! Alter, ich hab aber irgendwas mit No Black, No Justice, No Equilt, Equality, kein Joghurt und No Black, No Summies. Kein Joghurt? Yo, Hyde, keine Ahnung, was das heißt. Und No Love. Und ich seh'n Boomer. Und PS einfährt. So, auf geht's gut. Ich wusste schon immer, dass du fett bist. Ja, schon sogar an der Wand. Und die Wand weiß alles. Warum schreiben wir da eigentlich nie was hin? Keine Ahnung. Jeder Schreiber, voll Spaß, der hier lang kommt, schreibt da irgendwas rein, und wir geilen Witcher, die lassen die Wand unbeschrieben. Das geht doch mal nicht. Ich werd hier auch mal in mein Zimmer was reinschreiben. Ich werd hier auch mal in mein Zimmer was reinschreiben. Wie bitte? Ich werd hier auch mal was in mein Zimmer reinschreiben, aber ob das jemand so gut findet? Ja, hier ist's wohl alles weiß, da, in unserer perfekte Schreibraum. Ja. Können wir erstmal überall Striche hinmachen, so Vitane, die wir hier drin saßen. Scheiße. Was ist das denn? Wer hat das aktiviert? Du! Ich werd angecharge, danke? Ich hab noch sieben Leben. Hat jemand ein Heldbild? Nope. Sag mir Bescheid, falls wir ein... Äh, zombieren halt. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind mehrere da. Ist mir leid, Sino. Geht grad echt schlecht. Ja, Quoten-Toter. Rette er für das selbe. Ich sag nichts anderes als erst mal selber retten. Nee, den Schins, geh mir auch. Die beide zu? Ja. Ja. Boah, so viele Zombies, Mann. Nee, die erhören halt, ne? Danke. Wie alt ist das? Jetzt geht's weiter. Ich fühl mich so... über zweieinhalb jahre länger länger so wird nicht dass es geht ich kannst du warte wie viel freitode habe ich für dich noch scheiße zu fieser oder ich hilfe mir einfach für später auf nur ab ok ach ich bin im kreis gelaufen du bist zu spät Leute kommt mal bitte her hier ja ich bin da ich bin richtig über dir oi sehr schön oh scheiße gut ich bleib bei euch kurz kurz schmerzlos für 5000 square Leute ich hab hier was interessantes gefunden ne witch oh god warte mach mal nicht an tot was habe ich gerade gesagt ich wollte mal mit boomer kurzen bewerfen das wird ganz schön mies geworden auch immer bin ich der dessen auf äh ansagen nicht gehört werden nope du bist halt keine autoritätsperson nicht so wie bill oder ich dafür hab ich nen bart nen dunklen bart ich dachte du spielst das weibchen was ich dachte du spielst das weibchen ja du weißt ja aber nicht wo der darmbart alles hängt ne oh ja ne weißt du spielst das weibchen ne weißt du spielst das weibchen ist keiner so gering geantworten können ich schmeich den cocktail also Kiri war es schon mal nicht da auch noch ein yes volltreffer das septic tank aaaah scheiße ich bin tot aber es hat sich gelohnt er steht mit bei stream alles was zählt ey akira wo bist du ich snipe von hinten auf dem tank gerade ok der ist tot oh jetzt bleibst du zünder bist ein geiler supporter weißt du das ja das stimmt er ist echt eklig geht mir nicht auf die eier ich weiß nicht ob wir ohne ihn soweit gekommen sind geil unwahrscheinlich wir werden immer noch so am ersten heute gemachten Kampagne hängen da würde ich hier sowas noch verkacken oh zumindest bei dem Ding wo wir dann hier die ganze Zeit gestorben sind grad eben da wären wir hängen geblieben rock jetzt hör auf hör auf rock was schluss bei euch es tut extra schon Helfkits für euch Alter ich rufe euch zu verkriegen ich seh das aus und in die schnellen Ecke oder die Treppe könnt ihr euch aussehen mann die rock jetzt rennt verdammt nochmal auf na geh weg da was ist das irgendwo äh den jockey und das hier um die Ecke boah wir gehen bei uns jetzt du Felix gut wir teilen du mich ok ok Felix wir gleich ein schlechter Verlierer die Notfall äh ja ich will kurz gucken was hast du gesagt irgendwie hab ich da so ein jetzt nicht mehr ach da hab ich nicht schon oh scheiße wenn ich das Deathblatt hoffn bin ich richtig tot fehl mir dafür die anzuwirken ich hab nen Sniper willst du dich wirklich ich auch nein ohhh ey vorher war doch ein Deathblatt oder Akira laden ab sorry aber das musste jetzt grad sein weil ihr beide euch die ganze Zeit nur um brawlen seid und kein Stück vorankommt ganz aber er hat doch angefangen oh ich weiß nicht ob ich durchkomme so Felix komm mal kurz ran oh ich werd wegrennen ich verraten dich oh komm schon nee wir wollen das Ding hier schaffen ansonsten hätte ich mich selbst geheilt also äh unter dann haben wir nämlich noch eins what the was geht denn hier ab alter ich hab nen Charger hinter mir ja dann charge mal den Angriff auf ja der war schlecht ich weiß geh mich jetzt mal überlassen Mensch Akira du hast voll die geile Stimme soll sich vielleicht mit Space machen nee bitteschön danke oh oh ich wurde einmal angeschlagen mit Vieh direkt oben ey ich hätte mich vielleicht immer selber heilen sein ich hätte mich vielleicht immer selber heilen sein wie liegen da das ist eine Möglichkeit gewesen oh scheiße oh nee ey ich nehme mal nen Brandkanister mit ja mach das auch immer in der Tasche ja nach zwei Stunden geht man halt doch schon langsam zum Arsch ja so kann man das formulieren nach zwei Stunden geht man zum Arsch nein nach zwei Stunden geht man halt doch ganz schön ja ja na auf in Arsch hinter euch ist eine und ich habe nen Hunter angeloppt nach ja ich muss noch gut erfolgt ich gehe hinter dir der Runde stehen bis zum Ziel sind es als erster Tag Munition Medikets so zu erläutig abliegt der Ort oder Fettort von Samstagabend hat er kommt auch gleich die Tänke Awesome. Also irgendwie ist Kiri immer der, der das macht, was da steht. Alamiere die Horde. Rufe Leute, die deine Freunde und dich töten. Sei ein Spielverderber. Ähm, nun ja, bitte mal rufe. Leute, ich will kein Spielverderber. Ich will das Spiel zum Rollen. Ich war da, aber nicht schlimm. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dich nicht wieder mit meiner Angst habe. Nein. Aus. Hey, da oben ist Minigun. Minigun. Ich komm irgendwie nicht durch. Ey, Fähigsbeschützt dich mal. Oh, sowas. Danke. Leute, kommt mal zu mir. Ich hab nen Minigun. Komm du zu uns. Wir haben das Problem. Ich hab Kekse. Die sind mir grad relativ egal. Kekse töten keine Zombies. Aber ne Minigun. Jetzt kommt endlich her. Ja, alle einmal ins Haus rein. Ich kann mich grad nicht bewegen und bin gleich tot. Okay, du schaffst das. Ja, ich schaff das. Danke dir. Ah, ich hab Hilfe gebraucht. Hinter dir, hinter dir, Kiri. Ach, wirklich? Nein, war jetzt drauf. Alles Gutes, komm. Okay, für die lässt sich noch nicht verliehen. So cool. Äh, Gimo hat mich. Bleib doch mal im Haus. Es wär schön, wenn ich erstmal reinkommen würde. Okay, er hat mich beschützt. Der ist das hingeguckt. Ich hab nen Minigun. Ja, wo bist du denn? Ach, werd mich jetzt hier. Im Haus. Äh, Smoker! Danke. Danke. So, jetzt mal alle ins Haus rein. Wir machen jetzt den Eingang dicht. Sehr gut. Das geht? Bin ich für. Ja, du kannst den Eingang dicht machen, indem du vorne die Kanister vorwirfst. Dann kommen die so nämlich nicht mehr rein. Kann ich kaputt machen? Kannst du da rein? Doch, aber nicht, wenn wir... Das Ausch. Das Ausch. Uh! Ist da... Ja, das ist Tank. Tank unter uns. Ah! Jetzt kann nämlich nur noch von hinten die Krieger kommen. Ja, genau, indem wir uns zu holen. Zu Macht kommt ein Tank. Die sollte es ja auch anders sein. Oder Tank. Und tot. Perfekt. Geh wieder an. Dankeschön. Steck dir wieder an. Wo müssen wir eigentlich jetzt lang? Oh! Äh. Hinter dir eigentlich. Ja. Ich sag, heute Licht hier heißt es. Boah! In der Lecke vor mir. Jetzt kommen sie aber wieder von vorne rein, oder? Ja! Äh, hinter dir Felix. Glücklicher Archer. Bei mir ist einer. Oh, der hat mich grad runtergerammelt. Gute? Bei mir ist einer. Ja. Das ist einer. Das Licht ist aus. Der Generator ist aus. Der Generator ist aus. Wer macht? Boomer. Äh, Kill Bill würd ich mal meinen, ne? Nee. Ich kenne gerade gar nichts. Dann geh ich. Ich wurde angekotzt, also ich seh gerade kein Stück wat. Ist mir leid. Alles Zombies bei dir. Scheiße. Du bist freier, Kira. Boah, danke. Ich sorge dafür, dass nicht auf mehr Zombies kommen. Ich entscheide mich doch mal für die Kettensäge. So. Mach da mal wieder Verlust an. Äh, ich hab ihn, muss man sagen. Bitteschön. Bitteschön. Alle wieder ins Haus. Wie lange denn? So lange, bis der Wagen unten ist. Der Wagen ist der Safe Room. Hä, wir, ach so? So? Oh, ich bin so. Äh, jetzt schock hier jetzt, schock hier rechts hinten. Du willst bitte. Mann. Der Teller hat mich runtergelassen. Aua, Mann. Ja, wer der? Leute, ich brauche unbedingt meine Rückendeckung. Hier ist mir nie geschützt. Ja, ich brauche gerade, äh, ein bisschen... Hinter dir. Ich kann dir mal Bescheid sagen. Ist hinter dir. Hinter dir, Rock. Ja, ich weiß. Ich bin schweig. Ich bin schweig. Hunter! Wo? Der kommt gleich von oben, denk ich mal. Oder von vorne. Tank kommt rein. Ja, Tank von rechts hinten. Von vorne? Von vorne? Von rechts? Von rechts. Nach rechts. Hunter ist tot. Morca ist tot. Warte! Das war so'n... No, not a single fuck. Was geht mit der Day-Aktion? Ich bin hier gleich tot. Tot. Er ist noch nie tot. Tank. Und ich seh'n Jockey bei euch. Aufpassen. So, Wagen ist unten. Reicht. Oh, ich hab'n Jockey auf dem Kopf. Jaaaa... Du hast Jockey auf dem Kopf. Du hast Jockey auf dem Kopf. Du bist ein Rob. Los, Leute. Rein in den Wagen. Rein in den Wagen. Ich hab' mich da nicht gesehen. Oh. Rein einfach. Rein einfach. Sino, komm rein. Wenn ich sterbe... Wo ist'n der? Hier. Sino, ich schieße dich an. Komm her. Ich schieße dich an. Nein. Ähm... Ja. Niemand wird zurückgelassen. Das ist aber mal ein netter... Wiegel. So, jetzt los. Verdammt, hör auf damit. So, Sino. Ach, Sino. Danke. Nein. Das gibt's doch jetzt nicht. Oh, komm. Was? So, das sollten wir jetzt hinkriegen. Dankeschön. Rein hier. Rein hier. Geht rein. Ich bin der Fahrer. Ich hab' die Kettensäge und... Pass auf, dass keiner reinkommt. Geh' rein. Kira. Scheiße, hab' ich... Hab' ich doch geschafft? Hab' ich doch geschafft, dich zu töten? Es geht so gut. Es geht so gut. Den nehmen wir mit als Souvenir. So. Und fertig. Oh, alle sind rausgekommen. Das hatten wir lang nicht mehr. Das hatten wir bis jetzt noch nie. Doch. So was lässt sich taktisches vorgehen. Taktisches was? Ja. Der Einzige, das gestorben ist, ist Kiritus. Ja, ja. Ich hab' mich fürs Team geopfert. Was ist denn ein Kampf mit Phoenix? Keine Teamkill. Oh, ne, ey. Oh, Leute. Aber zumindest hat's Spaß gemacht. Ich hab' die meisten Nahkampfkills, die meisten Hunterkills. Why? Ich hab' den meisten Spaß gehabt. Ich hab' die meisten Boomer-Kills. Ich hab' die meisten Smoker. Ich hab' die meisten Charger, die meisten Jockeys. Ich hab' die meisten Smoker. Ist bitteres. Gewöhnliche Kills bin ich, die ist mein letzter. Oh, okay, Felix. Ja, der hat den meisten Spaß, stimmt. Naja, ich und Felix hatten die meisten Spaß. Ich hab' die wenigsten Freunde gefeuert. Bin ich nicht ein netter Kerl? Nur 15 Mal. Felix 44. Ich hab' euch am meisten wieder überlebt. Ja, okay, das war fast logisch. Alter, ordentlicher Abstand zwischen Akira und Kiri. Bei Akira sind die... Und 1.003 Zombies. Hätt' man nicht 3 noch am Leben lassen können? Nein. Schöne Zeug gewesen. Okay, ab jetzt geht's so langsam Richtung Finale des Let's Blaze zu. So langsam, aber sicher. Denn es gibt nur noch insgesamt 4 Kapitel, die wir... Nein. Ja, doch, 4 Kapitel, die wir machen. Und zwar Todesstorn, Flug zur Hölle, Blutdorf und Kalter Sturm. Todesstorn, Flug zur Hölle und Blutdorf sind Kapiteln mit, äh, Storys mit 5 Kapiteln und Kalter Sturm mit 4. Also noch 14 Parts sozusagen, wenn alles super läuft. Du kannst nicht rechnen, oder? 19. Hä? 3 mal 5. Und dann noch 1 mal 4. Wieso 3 mal 5? Ich dachte 2 Kapitel mit 5. Nein, 3. 3 Kapitel mit 5, 1 mit 4. Genau. Gut. Dann, mit diesen unglaublichen Rechnen und Zuhörerskills. Vielen Dank, Zuschauer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Beacht uns bald wieder und auf Wiederhören. Ciao. 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 Ciao.